und damit herzlich willkommen zurück zu pokémon schwert und schild wir sind hier stehen geblieben wir haben nur den kampf geschafft also wirklich nicht viel aber in dieser folge habe ich vor viel viel mehr zu schaffen hey was war das gerade wenn geräusch was ist auch gern michael ja was war das nein das tor ist offen und das wollen die spiele ist verschwunden ob das zusammenhang hat soll ich da eins plus eins zusammen es hat vorhin doch immer wieder versucht das tor einzuren sagt mir bitte nicht dass das eng gerannt wird nein echt so ein mist das ist doch eigentlich zutritt verboten als die enkelin der professorin noch klein war ist sie im ball angeblich mal ins ernsthafte in ernsthafte ernsthafte schwierigkeiten geraten nicht ehrenhaftes nein ihre großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaut haben was machen wir jetzt meike es war für mich das ist echt knifflig ich habe auch keine lust später einen auf den deckel zu kriegen aber war ich mal ist mit dem armen pokémon passiert wenn wir es dort allein lassen da hilft nur eins augen zu und durch kam meike jetzt wird angeklotzt ok aber ich muss noch mal zu bescheid sagen der schlummer weil es hier drüben weiß es hier noch nicht aufgefallen ist sondern nach volley ja okay ich wollte meine mutter nur bescheid sagen ich komme leider ist meike wir wissen die waren pokémon helfen ja komm doch mit schlummerwald sieht so episch aus die wolken die 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 bäume sind ganz okay nicht nicht so geil könnte man mit ocarina of time vielleicht neu war es nach hallo walli hallo mist wo ist es bloß hin auch mann und jetzt verdichtet sich auch noch der nebel wenn wir das pokémon nicht bald finden ein problem oder gras ich kann nicht widerstehen ich muss das krass wir brauchen aber nicht was 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 ein raffel den der den titel das sieht ganz nice aus echt ist echt ganz nice aus ich spuck dich mal an krass er lebt noch aua tickel mich doch nicht an so das tut weh ich gebe jetzt ein klatscher ein klapser auf dem po bist so hot aber das ist männlich das ist mich gay egal passt nie nie egal dann lebt durch schnell durch okay hey 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 wo ist es geht es einem dämmen gut komm ich mach schnell wieder fit das war jetzt irgendwie unnötig so das war es schon weiter geht's okay okay ich finde das wird dass man nur rennen kann und ich normal gehen kann das nervt mich ich will mal b gedrückt halten damit ich rennen kann oder sowas oh leu wie cool das aussieht ein micro das sieht ja richtig cool aus yo yo bro ich geb dir mal nen klapser und level up natürlich nicht warum kriegen wir jetzt so wenig und vorher so viel das machen wir gar keinen sinn egal irgendwas versteckt das item oder warum kommen wir hier hin egal gibt es noch ein ganz egal lass was hey hopp hast du das eben auch gehört war das ein pokémon ruf ich glaube schon ticker bist du das wollen denn nun weiteres raffel 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 aber diesmal weiblich ja mein klapser die musik ist echt nicht schlecht nur bisher hatte ich bis auf diesen track noch nichts wo ich wirklich mit gesungen habe das ist so ein wenig enttäuschend kann aber gut daran liegen dass ich den sound erst mal leise gestellt weil sonst hört man das doppelt alles und das will ich nicht weil es im kacke an würde im hintergrund noch leicht dieses als ganze doppelt worden aber ich versuche so viel wie möglich zuzuhören und so schnell weg geht noch um was nein egal ob das wolle beeilung michael ich mache mir riesige sorgen und wolle ich auch so hier noch kurzer test die bäume sind die n64 bäume kann ich jetzt gerade nicht wirklich sagen vielleicht in einem anderen ort kann man es besser kennen ist das so nebel nicht ich sehe nichts mehr dieser nebel gefällt mir gar nicht man könnte fast meinen der wald wenn uns hier raus ekeln pass auf ich kommt da ist was was das hieß Summer Center, oder? hieß das Summer Center? das ist das Legia auf dem Cover, oh mein Gott spuck dich an was, was, was? der Angriff zeigt keine Wirkung betrachtet euch eingehend äh, was soll dieser Tackle wirklich wirkungslos? was? flieeeet ich kann nicht fliehen? aus unerklärlichen Gründen kannst du gerade nicht fliehen ach so, natürlich ich heule einfach der Angriff hat keinerlei Wirkung jetzt kann ich gar nichts mehr sehen alles in Ordnung bei dir, Maike nein, ich hab Angst ich kann nicht fliehen warum nicht? hält mich irgendjemand fest, oder was? aqua knarre es bringt nichts ich sehe fast gar nichts mehr oh mein Gott, ich sehe nichts mehr alles weiß ich sehe überhaupt nichts ich sehe überhaupt nichts ich sehe irgendwas was war das? was war das? hopp, Maike Delian, wie hast du uns gefunden? ich meine, du verläuft sich doch sonst bei jeder Gelegenheit das ist nicht wichtig und auch nicht witzig ihr könnt von Glück reden dass ich euch gefunden habe ihr seid ewig nicht aufgetaucht da musste ich euch einfach suchen gehen ihr habt mir wahnsinnige Sorgen gemacht da fällt mir ein was ist eigentlich mit Wolli? es hat sich im Wald verlaufen wir wollten es retten das ist überhaupt immer hier Wolli dem geht es gut, wie ihr seht aber als ich hier ankam wollt ihr alle bewusst los hört mal auch wenn das ganze eine Rettungsaktion war ihr wisst dass ihr den Wald nicht betreten dürft einfach loszustürmen ohne mir bescheid zu sagen war verantwortungslos und gefährlich aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen das muss ich euch lassen ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus und wir kriegen keinen Ärger dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können naja, Ende gut, alles gut, ne? Moment welches abgefahrene Pokémon? das hättest du mal sehen sollen Delian es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung unsere Attacken hatten keine Wirkung es war, als würde alles durchgehen die Attacken sind durchs durchgegangen? im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben aber habt ihr das wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? ich hoffe dieses Erlebnis hat euch in den Wunsch geweckt stärker zu werden vielleicht schafft ihr es dann eines Tages das Geheimnis des Waldes zu lüften aber jetzt sollt ihr erstmal wieder umkehren keine Sorge ich werde dafür sorgen dass ihr hier sicher wieder rauskommt Delian hat uns zwar keine hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert hehehe das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Harp wir sind für eigentlich zehn elf, zwölf bevor wir nach Brasberry gehen solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen ja wollte ich ja nicht dass du zuhause noch er bekommst eine Standpauke pro Tag reicht dicke japp japp furlongham seltsam mein Name für den Anfangsstadt wie ich finde aber ok häusende zwei oh süß mama hey was geht ok mama oh mäm oh das ist ja mal ein süßes Mämmeon ihr wollt nach Brasberry um euch einen Poryaxe besorgen nicht wahr Delian hat mir schon davon erzählt hier ein kleines Taschengeld für meine große Tochter kauf dir davon im Pokémon-Centern ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst und kümmere dich gut um dein Mämmeon vergiss nie wie sehr es sich für dich anstrengt verlange ihm nicht zu viel ab mäm und du Mämmeon passt mir gut auf meine Maika auf ja du weißt ja wenn irgendetwas ist kannst du dich immer zuhause ausruhen epic yo Mämmeon wat geht oh Geheimgeschenk was'n dat tut 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 k?". was ist sind das ach so Ha acha ach stimmt es gab werbe dieser hm als ich共 keine Schild gekauft habe da war in der Packung so ein download-code für ein besonderes Mauzzi was seine einmal xing konnte wollte dass ich das mal hier rein packe wenn ja dann schreibt man gerne rein ich wollte es eigentlich eigentlich nicht ins team nehmen aber vielleicht das einfach so zu zeigen was weiß ich ja die karte kurz anschauen was rottom wieder rottom wieso was hat nintendo mit rottom ja das ist jetzt unsere neue pokédex wir brauchen das nicht als pokémon käse wald und jetzt noch schau durch mann wo gott wie viel okay es war lieber machen wir weiter ich so ein camp aufsetzt haben uns können wahrscheinlich später und auch okay es geht los das ist der erste schritt auf meinem weg zum deal des champs ich werde im hohen grad ein bisschen mit meinem hoppo trainieren wir treffen uns an einem pokémon aber ja das ist gebäude mit dem violetten dach und dem rot weißen ball vorne drauf okay kann ich auch ins hohe gras gehen oder sind johann geht pass auf dass ich schlafen weil ich nicht aufwächst warte 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 was nix warte wo hab ich ins pokème oder habe ich irgendwas verlesen micro sieht cool aus aber es passt leider nicht zum dem team was mir vorgestellt hat in diesem spiel sorry man vielleicht ein schild war es okay schwert ich nehme es ein schwert vielleicht rein aber heute nicht heute bist du nur dafür da damit ich erfahrungspunkte bekommen wie findet sie ist eigentlich dass sie das vom sonnebund genommen haben dass da steht ob das effektiv ist oder nicht wie findet ihr das ist für jemanden wie mich der sich das nur merken kann mit der ganzen typen ist das schon gut manche sagen es ist kacke weil das nicht die schwierigkeit raus was immer ich bin ein paar klapser bisher finde ich die grafik aber echt gut für pokémon spiel richtig gut ansonsten so allgemein grafik ist ganz okay ist ziemlich ist okay ist eine augenweite schon aber man sieht schon hin und wieder mal so ein paar pixels ihr wisst was ich meine so ein paar schwammige sachen klammergriff ab level 8 ok cool 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 cobot geht nicht gegen kämpfen er haut ab von mir so was mit dir wir kämpfen mal ein wenig weil das gehört zu pokémon dazu ist ein apg leute ok und ich denke ich mache jede folge ist eine halbe stunde ich denke das ist okay oder was meint ihr klammergriff machen aber gab es auch schon mal klammergriff ich bin mir nicht sicher das ist so eine attacke ich bin jemand ich will lieber attacken haben die abgehen und nicht die irgendwas schwächt und wenn das was schwächen soll wenn ich eine attacke habe die schwächt dann bitte eine die auch gut schwächt und ich die nur weiß ich nicht wo ein punkt schwächt keine ahnung was mir verdammt verdammt aber er stirbt ok kacke man ich bin voll angeschlagen jetzt nicht in den kampf gehen wir kriegen nicht mal ein trank geschenk was soll denn das und ja leute haben wir gesehen wir werden wolle ins team nehmen zumindest fürs erste weil ich finde wo die so süß und ich will das einfach in meinem team haben meine fresse so ist bei mir na ok einfach machen wir suchen einfach nach einem neuen level 9 wie viel pech kann man nur haben wolle sonst wolle nee kein boli wir warten mal bis ein boli erscheint ich will nämlich ein boli haben was ist das ne voli ist ja richtig flauschig bokeball nehme ich mir mal zwei paraheiler juhu paraheiler neu und das ist cool das ist cool das ist cool das mag ich ab in meinem team oder warte wir suchen wir einen nach einem weiblichen molly ich hab das weg flüter und besser es weiblich dann passt nur noch schwächen ich hoffe der kaps reicht aus um es genug zu schwächen aber nicht und aber bitte nicht mich töten wie viele kaps muss ich den geben ich will das fangen verdammt einig klar was macht das verteidigung ja mein akvorknarre man kacke mensch sorry leute aber das war ja nicht extra aber ich finde es gut dass die pokémon nicht aus dem gras gebiet gehen das war ja in let's go so das fand ich jetzt nicht ganz so geil die sport im gras aber kommen dann so weißt du ist mein voli das 1 von lieben lieben liebte bis weiblich ich weiß ich habe schon wie ich meine zeit in der folge aber es ist mir egal das ist meines welcher machen was ich will das nicht und dann ist es männlich dann ist es einfach männlich nichts gegenwältige wolle ist nur aber ich hätte gern weibliches im team ok lasst mir ich habe meine ansprüche ich bin ein mensch und ein mensch darf ansprüche haben habe ich recht ich finde nur gar kein voli mehr doch da hinten ganz schnell bevor es die spawnen voli 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 das team schreibt mir gerne in die kommentare rein ich gebe eine aqua knarren wenn es jetzt stirbt und dann hatte ich dachte gerade ich dachte gerade schon pokémon los cool animation ist doch viel länger ist doch echt viel länger nice voli wurde gefangen und man kriegt sogar erfahrungen dafür zu viel meiner meiner nach aber level 10 voli hatte voli passt doch schon als name weiß nicht wenn wir irgendwann welche einfallen dann mache ich das dann natürlich ändern aber momentan fällt mir da nichts ein deshalb lass ich erst mal so war lieben ist man natürlich auch mal wenn wir nicht trainieren und man sich sogar das pokémon ist das cool gemacht pokémon bewegen kann man das irgendwie rausholen na hier würde es gerne rausholen aus dem pokéball das wäre so geil auch ein block oder ist das von den jungen jackass nur habe ich noch nie gesehen ok ich bin sicher hinsetzen oh cool ja gucken wir sagen wenn wir nicht um würde ich sagen zumindest hier vorne will ich noch kurz rein alle züge verspäten sich aufgrund von außerplan mäßigen wartungsarbeiten so meint sie bleiben extra ein wenig länger an der stecke damit die wir nicht geld bekommen cool einfach fantastisch wie sich die landschaft stetig verändert wenn man aus dem zugfenster sieht ok anscheinend gibt es noch später ort die wir erkunden können wegen dem zug lesen eisen zug willkommen bei pokémon supermarkt was soll es kommen ach ok das ist ein markt hier krass ok ok mit dem kann ich reden nehmen nur da fehlt ein kart mann wieso kann ich ja manche natürlich durchs nicht hilft mich ach so war da sein schweif war ok raspberry diese friedvolle stadt inmitten der natur ist das zu hause des berühmten pokémon davor ist ok da wir machen glaube ich jede folge und 30 minuten denkt das ist ok der scherp ist hier ich weiß noch was auf dem schild stand das ist hier mal vergab nach rechts geht es zum pokémon labor auf der anderen seite liegt der bahnhof ach ja das war ein schönes schild ok boomer komm mal hier rein gut noch mal geht so das große gebäude gleich niemand ist das pokémon labor oder suchst du professor magnolika die findest du in ihrem haus ganz oben am ende von rute 2 magnolika hieß die so lol hey was ein name what a name ey hey delion du hast hergefunden gut gemacht als ich zum ersten mal nach raspberry musste aber ich mich erst mal gründlich verlaufen ich hab sie so mit der orientierung wenn man mit pokémon unterwegs ist sieht man gleich ein bisschen mehr von der welt was ohne glorak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden danke fürs herumlotsen partner aber genug gequatscht komm lass uns reingehen glorak fühlt sich cool dass er einzig startet in den spieler sind unglaublich wie viele interessante bücher professor magnolika zusammengetragen hat nicht dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte weil 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 die leon was für dich denn diesmal hierher ach so das war sie was für dich denn diesmal hierher willst du wieder von mir wissen was das allerbeste pokémon aller zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen unsinn ich hab wirklich keine zeit für sowas was ist sie die professorin hallo woldi na mein kleiner danke dass du mich immer sicher an mein ziel bringst dieses pokémon heißt woldi nein echt ich habe ja schon gesagt dass ich einen fürchterlichen orientierungssinn habe woldi hat mir schon oft aus der patsche geholfen wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte und diese junge dame dort ist ein trainer niemand kocht schneller als sie hallo so stellst du mich vor glaubst du unsere gemeinsame zeit als arena challenger ist ein freifahrerschein für blöde witze da musste ich das mindestens genauso oft auf der aus der patsche helfen wie woldi freut mich jedenfalls sich kennenzulernen ich bin sanja die assistentin der professorin du nimmst mich mal wieder viel zu ernst aber weiter im text das ist michael ein frisch gebackener pokémon trainer würdest du ihr ein paar tipps auf den weg geben ich werde woanders gebraucht ich zeig dir mal den weg ich hab nichts alleine hin sonst noch irgendwelche wünsche der herr dieser typ denkt immer nur an sich selbst kein wunder dass er sich ständig verläuft wenn sein kopf immer in den wolken hängt da ist ja auch ein smart rotom hey rotom so ein smart rotom ist schon was tolles besonders die karten und navi funktion so sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können außer delia natürlich aber jetzt sag mal wie gut kennst du dich eigentlich mit pokémon aus ich bin ein profi noch einmal ein keiner an dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun als den pokédex aus seinem smart rotom zu installieren dundundundundundundundundun pokédex installiert ach ja der pokédex ist übrigens ein geschenk von professor magnolika meiner großmutter könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen dass ich dir den pokédex installiert habe sie sollte sich gerade in ihrem haus ganz am ende von route 2 aufhalten ok wie fühlt ihr wie findet ihr die von aussehen so nicht schlecht kann uns hier umsehen so was weiß nicht diese pflanzen werden offensichtlich mit viel sorgfalt gepflegt sie gedeihen prächtig ok über die wandlung von pokémon pokémon ändern ihre gestalt nicht nur durch level aufstieg sondern zuweilen auch durch den einfluss bestimmter items oder orte man nimmt an dass ein spezieller faktor in ihrem inneren für den wandel der gestalt und persönlichkeit verantwortlich sei doch bisher wurde nur kein schlüssiger beweis von dieser hypothese gefunden was ist mit den evo die evolution das sieht aus wie schwankende messdaten die von einem radar erfasst werden was ist das deinem ex phänomen deinem ex beschreibt das phänomen bei dem pokémon gigantische ausnahe ausmaße annehmen es wird nur in galla und an bestimmten orten unter spezifischen bedingungen beobachtet gigantische größe als überlebensstrategie normalerweise werden pokémon durch die entwicklung stärker und auch größer sich selbst so groß wie möglich erscheinen zu lassen stellt eine natürliche überlegungsstrategie da da ok manchmal drücke ich irgendwie zl zl r r aus versehen aber das schließt irgendwie das ganze nicht so geil was das eigentlich für die ox ist oder was hallo junger pokémon trainer tut mir leid dass ich dich einfach aufhalte du warst doch gerade pokémon dabei oder dann hast du ja bestimmt auch einen pokémon bekommen ich kann einfach nicht anders als neue trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die arme zu greifen wir für dich danke soll ich das annehmen ich sag ja doch ein trank setzt ihn ein wenn eines seiner pokémon kraftpunkte oder zu kurz kp verloren hat danke kannst du übrigens auch in kämpfen einsetzen wissen es macht wer sich informiert hat schon halb gewonnen spricht daher immer so viele leute an wie du nur kannst und dies genau was auf schildern steht das mache ich immer hier auf dem land gibt es gibt geht es recht ruhig zu ist sehr ruhig auf jeden fall die großstadt dagegen würde ich umhauen wenn man dich auf deinen reichen für das wird einfach eine blick auf die karte okay schon geredet der ist einfach unglaublich stark erst eine richtige berühmtheit ich wollte eigentlich auch pokémon trainer werden wenn ich mehr groß bin aber ich finde es war schwierig wie die die ganzen tag nur ein pokémon zu denken okay gut doch sein hat den pokédex aus auf seinem smart rotom installiert stimmt dann geht es richtig los such dir ein paar richtig starke pokémon für dein team aber jetzt werden wir bestimmt immer öfter in kämpfe geraten schließlich wimmelt ist da draußen nur so von wilden pokémon über und über eifrigen trainern wenn ein team erschöpft ist dann so schnellstmöglich so ein pokémon center auf als alle pokémon center sehen gleich aus der ganze also gar nicht verfehlen die sehen aber jetzt ein wenig hässlicher aus beziehungsweise sie passen mehr zu dem stil vom spiel aber ich finde ich herzlich kann und kann werfen meinen blick hinein mir nach michael ist das dann rot und was es gibt mehrere rottoms ist das ein erster besuch in einem pokémon center michael ich kenne die schon aus dann muss ich erklären wenn ihr echte pokémon trainer werden wollt müsst ihr auf jeden fall tränke mitnehmen gute idee danke mike ich gehe schon mal zur rote 2 einfach nach so weit fertig bist okay tschüss oh was das denn für ein pokémon das sieht aus wie oh doch aber in süß also auch süß aber das ist auch süß was das hier eigentlich sei gegrüßt womit kann ich dir helfen pc boxen pc boxen du kannst eine pokémon in den pool pc boxen der verschiedenen pokémon center aufbewahren besucher ein beliebtes pokémon center um pokémon aus den boxen zu holen ok bis bald schläft da ein wenn ich gehe ja guten tag guten tag willkommen zu einer jo jo halt mal kurz masterfakt ok leute damit würde ich sagen wenn es euch in der zweiten folge gefallen hat dann freut euch auf jeden fall auf die dritte folge da werden dann die sachen richtig abgehen hoffe ich mal aber ja wenn es euch gefallen hat ist gerne positive wertung da schaut beim nächsten mal vorbei vielleicht auch ein abo wenn ihr neu seid like da lassen und äh was immer haut rein und schau mal vorbei